Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Hausflipper und heute bauen wir eine Unterkunft für einen Gamer. Ich lese euch das mal vor. Hallo, ich habe ein Haus von meiner großen Mutter geerbt und meine Frau ist im siebten Himmel. Sie liebt diesen klassischen Oma-Stil. Ich liebe ihn zwar weniger, aber was soll's. Man muss das Haus ein bisschen aufräumen und einige Möbel auswechseln und ein Stück Wand zwischen Wohnzimmer und Küche entfernen. Wir haben beschlossen, dass sie oben herrschen wird und dass ich mir den Keller herrichten werde. Ich hätte so gerne ein tolles Spielzimmer. Wäre prima, wenn du es mir ausstatten könntest. Du weißt schon, so tipptopp. Ein Mega-PC, Monitor, ein bequemes Sofa. Ich zähle auf dich. Danke, Toni. Okay, dann machen wir das doch mal. Beziehungsweise wir gucken, ob wir das hinkriegen. Ist das das Haus oder was? Ich will mir ja auch ein Haus direkt holen, weil ich habe keinen Bock. Ihr wisst schon was. Habe ich euch schon hundertmal erzählt. Nicht wundern, ich esse gerade was. Okay, let's go. So. Rein hier. Ja, okay. Das sieht wirklich ein bisschen aus nach oben. Also ich glaube, mein Haus wird einfach komplett nur weiß sein. Also jetzt wirklich. Wo ist denn hier Schmutz? Da. Aha. Hier ist noch irgendwo Schmutz. Mhm. So, perfekt. Zerstören die Wände. Die hier oder was? Ah ja, ist richtig. Bam. 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 Weg mit den ganzen Steinen. Du musst also Wände. So. Bam. Bam. So. Machen wir das hier schön alles weg. Gegenstand verkaufen. Autsch. Das auch? Nö. Mehr nicht, ne? Nö. Einige die Verschmutzung. Ist ja schon wieder dreckig oder was? Wo ist hier Dreck? Dreck, Dreck, Dreck. Hier. Bin auch noch ein bisschen leicht erkältet. Aber nicht mehr so krass. Ähm, ja. Ein Ecksofa. Kaufen wir erstmal das Ecksofa hier. Den Ecksofa. Wie soll man denn hier was platzieren? Ich check das manchmal von den Entwicklern von diesem Spiel hier nicht. Weg mit dem blöden Rotz hier. Was braucht das? Das braucht doch kein Mensch, Alter. Weißt du was, Couch? Dann lecken sie mich doch on so. Orsch. Sie kommen jetzt einfach hier hin. So, zack. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. So, hier kommt ein Fernseher hin. Bam. Fertig mit diesem blöden Kackraum, Alter. Aha. Alter, wo kommt man hier raus? Hier sind Badezimmer. Badezimmer musst du dich nicht sagen. Aber hier. Gegenstand verkaufen. Das hier bleibt. Okay. Gegenstand kaufen. Doppelbett. Aber es ist ja trotzdem noch im alten Stil. Hab ich gesagt, wir machen das so nicht. Ne, egal. So. Okay. Hier war ich jetzt drin. Dann mache ich das so auf. Ja, genau. Hier war ich auch drin. Das heißt, hier muss ich hin. Nö. Hier muss ich hin. Aha. In den Keller. Reinige die Verschmutzung. Wo soll hier schon wieder Schmutz sein? Ah, hier. Bam. Mhm. Und da noch. Und fertig. Das Zimmer. Gehen wir mal hier rein. Weil hier ist hier 100 Millionen Sachen wieder drin. Als ob die das behalten wollen. Das ist doch voll bedreffert. So. Verkaufen wir hier. Machen wir hier mal alles kurz weg. So. Räumen wir den Müll auf. Haben wir doch. So. Ah, da oben. Zack. Reinige die Verschmutzung. Ja. Kann ich machen. So. Streiche mit den Farben. Grau. Und noch irgendwas. Mach ich die hier. Wand so. Und die Wand. So. Boden. Ja. Dann mache ich den Boden erst mal. So. So. Äh. Streichen. Genau. Die Wand wird jetzt schön gestrichen. Zack. Ja. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Wenn ich das so mache. Wann hat man das Spiel eigentlich durchgespielt? So. So. Ich frage mich, wann man das Spiel eigentlich durchgespielt hat. So. So. Bam. Und so noch. Ja, so ist gut. 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 Dann kaufen wir uns jetzt hier erstmal. Also nicht uns. Aber für die. Einen geilen Gaming Tisch. So in etwa sieht tatsächlich auch mein Gaming Tisch in echt aus. Außer diese Schublade da. Und mein Stuhl ist auch schwarz-rot. Aber das hier ist rot beispielsweise. Das ist dann schwarz. Äh. Ah, da ist ja rum. Mein PC sieht ein bisschen anders aus. Passt er hier drunter? So. So passt er drunter. Aber man kann es sogar anschauen. Das ist ja geil. So. Bei Monitore. Die müssen natürlich auch sein. So. Eine Tastatur. Die darf auch nicht fehlen. So. Und eine Maus. Dann eine Couch. Wo packen wir die denn hin? Hier würde ich sagen. Ja. Da passt die hin. Reflektorenanlage. So. Dieses Drecksteil kommt mal weg. So. Dieses Drecksteil hier ebenfalls. Das mache ich mal hier hin. So. Jetzt kann ich das Ding nämlich da hin machen. Und dann passt das so schön hin. Perfekt. Da nehme ich jetzt einen Fernseher dran. Button. So. Dann einen Lautsprecher hier in dem Mittel. So. Dann Lautsprecher Stand. Darts. Dahin. Und eigentlich auch links. Dieser bin ich so geil aus. Müssen wir dann einfach schieben. Aber. Gut. Das kann natürlich jeder. So. Dann kommen hier noch. Junge. Wie viele Boxen will der denn haben? Sollen die hier an der Couch oder what? What is loose? Ne. Das wird auch. So. Dann machen wir hier noch mal eine Konsole hin. Die können wir allerdings nur da vorne hinsetzen. Ne. So. Jetzt passt es. Und dann zwei Kontrolle. Einer kommt da hin und einer hier hin. So. Jetzt haben wir alle Aufträge. Auf. Auftrage. Dann haben wir alle Aufträge erfüllt. Ja Leute. Ich würde auch sagen. Das war es mit dem Video. Wir haben erfolgreich. Ähm. Einen Gaming Raum gebaut. Ja. Beziehungsweise eine kleine Gaming Ecke. Meiner Meinung nach. Sieht es auch ganz geil aus. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like. Ein Abo. Und einen Kommentar da. Schaut das eben auf meinem Discord. So vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen. Wenn ihr dort drauf joinen würdet. Ähm. Ja. Aktiviert die Glocke. Damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ladet gerne mein Discord Bot ein. SGM Radio heißt der. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort kam nämlich ein neues Update für ihn raus. Also. Schaut auch gerne mal vorbei. Ladet ihn ein. Würde mich freuen. Und jetzt habt ein traumhafter Tag. Haut rein. Euer Sando. Ciao. Ciao. Outro 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 Vielen Dank.